Kim, bevor wir nochmal auf deine Schaufel zurückkommen, muss ich noch was erwähnen. Deine Woche ist wirklich super toll gelaufen. Aber dann muss ich eben erfahren, dass du dich gegenüber Q nicht gerade fair verhalten hast. Was? Der wollte, dass ich ihm kurz mal einen blase. Der Q, der gibt euch so viel, da könnt ihr auch mal was zurückgeben. Beim Kunden könnt ihr später doch auch nicht einfach sagen, spiel dir doch allein an deiner Nudel rum, danke, ich bin schon satt. Ja, dann springt sofort die nächste für euch ein. Ja, genau. Und in diesem Fall war das der Christian. Das war super professionell. Danke nochmal.